Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Strategic Command World War II War on Europe zur nächsten Runde im Multiplayer-Duell gegen Herzogs Sieg. In der letzten Folge legte das britische Militär den Fokus auf die Auffüllung und Verbesserung der Streitkräfte in Nordafrika und im Heimatland. Die Rolnewe hatte zum Schutz eines kanadischen Truppenkonvois Kriegsschiffe im Atlantik zusammengezogen und die sowjetische Industriekapazität wurde durch fleißige Wissenschaftler verbessert. Schauen wir uns die Wiederholung des gegnerischen Zuges an. Los geht's! Da haben wir Bewegungen an der sowjetischen Grenze. Die ungarischen Einheiten stellen sich auf. Wiederholung ist abgeschlossen. Rumänien schließt sich den Achsenmächten an und der sowjetische Pionier hat die Festung fertiggestellt. Unser Schlachtschiff ist im Roten Meer angekommen und wir bekommen einen neuen Flugzeugträger. Und die Sowjetunion bekommt einen Zerstörer für die Schwarzmeerflotte. Stellen wir später auf. Wir bleiben hier in Ägypten und ich verschaffe mir weiblich einen kurzen Überblick über die Situation an den unterschiedlichen Kriegsschauplätzen und bin gleich wieder zurück. Und da bin ich wieder zurück und wir werfen als erstes einen Blick in die Berichte. Wir schauen uns die nationale Moral an. Das Vereinigte Königreich hat 94% nationale Moral. Das Deutsche Reich ist bei 106% und Italien hat sich nicht bewegt. Da ist ja überhaupt nichts passiert. Da haben wir noch 100%. Wir schauen in die Forschung und Diplomatie. Und hier sehen wir, dass Italien 100 MPP in die Diplomatie gesteckt hat. Dies bedeutet, wir müssen wahrscheinlich selbst wieder in die Diplomatie investieren. Das Deutsche Reich hat nicht weiter in die Diplomatie investiert. Das Vereinigte Königreich hat 23 Landeinheiten. Die UdSR ist bei 27. Das Deutsche Reich ist bei 44. Das ist ganz schön angestiegen. Italien ist bei 18. Bei den Lufteinheiten haben wir bei den Vereinigten Königreich 6. Das Deutsche Reich 10. Italien 2. Bei den Seereinheiten ist es nicht überraschend, dass das Vereinigte Königreich vorne liegt. Mit 29 Einheiten. Das Deutsche Reich mit 8. Italien mit 11. Und die UdSR hat 3 Einheiten. Wir schauen in die Diplomatie. Bei der Diplomatie hat sich nicht viel getan. Finnland ist immer noch auf 13. Und Spanien ist immer noch auf 46%. Jetzt natürlich die Frage, wo haben die Italiener investiert? Haben sie auch in Finnland investiert? Oder haben sie vielleicht in Spanien investiert? Ich gehe immer noch davon aus, dass er durch Diplomatie Finnland in das Unternehmen Barbarossa hineinbringen möchte. Daher werden wir hier eine vierte Marke reinstecken. Wir müssen 50 MPP ausgeben. Dann haben wir noch 247 MPP. Wir schauen uns mal die ganz große Karte an. Italien ist ganz defensiv. Von den Italienern haben wir bisher gar nichts gesehen. Die sind weder an der ägyptischen Grenze aktiv geworden, noch haben wir große Seereinheiten von den Italienern gesehen. Griechenland wurde von den Italienern auch nicht angegriffen. Das heißt, er hat wahrscheinlich dieses Event abgelehnt, dass die Italiener Griechenland angreifen. Und da ist die Frage, was machen die Italiener? Wird er die Italiener zur Unterstützung von Unternehmen Barbarossa verwenden? Oder plant er was ganz anderes mit den Italienern? Die Italiener könnten ja unter anderem auch Unternehmen Seelebe starten. Das heißt, wir könnten ein italienisches Unternehmen Seelebe haben, während die deutschen Einheiten in Russland einmarschieren. Das wäre durchaus möglich. Und er müsste mittlerweile auch das Deutsche Afrika Korps in Libyen erhalten haben. Ich habe mir nochmal den Strategieleitfaden zu Gemüte geführt, weil es hat mich ein bisschen überrascht, dass wir noch nicht die zusätzlichen Einheiten hier in Ägypten von den Briten erhalten haben. Normalerweise hätten wir durch Event eine zusätzliche Panzerabwehr, einen Aufklärer und zwei Flieger erhalten müssen, einen Bomber und einen Jäger. Und wahrscheinlich kriegen wir diese Einheiten erst, wenn die Achse in Ägypten einmarschiert. Das bedeutet vielleicht, er marschiert wahrscheinlich gar nicht in Ägypten ein, weil er nicht möchte, dass wir diese zusätzlichen Einheiten bekommen. Das wäre natürlich sehr clever, wenn das so sein sollte, weil dies wäre ein Nachteil für uns, wenn wir diese Einheiten nicht durch Event erhalten würden. Vor allem die Flieger wären schmerzhaft. Aber das können wir nicht ändern. Wir werden hier beginnen, indem wir die Panzerabwehr auf 10 bringen. Dann wollen wir in der nächsten Runde die WDF-Armee auf volle Stärke bringen. Die sollten wir hier hoch bringen. Wir bringen dich hier runter, du ziehst hier hoch, du gehst nach Kairo. Wir schauen uns mal die Versorgung an. Und in der nächsten Runde können wir die Armee auf volle Stärke bringen. Weiter vorrücken wollen wir momentan nicht, weil wir brauchen noch Luftunterstützung, bevor wir hier in die offensive Richtung Libyen starten. Und vielleicht haben wir ja Glück und er bewegt sich Richtung Ägypten, sodass wir die zusätzlichen Einheiten erhalten. Da haben wir unser neues Schlachtschiff im Roten Meer. Die Malaya geht Richtung Suez. Wir schauen in die Forschung, bevor wir in den Atlantik gehen, weil ich werde erst mal 175 MPP ausgeben für das Landstreckenflugzeug, bevor ich die anderen MPP für was anderes ausgebe. Und jetzt gehen wir Richtung Atlantik. Hier hat er sein U-Boot nicht bewegt. Wir schauen mal auf die Karte. Und wir haben den Hafen um eins beschädigt. Das heißt, er kann sein U-Boot nicht verstärken. Und wir können unsere schweren Einheiten ranbringen, um den Hafen anzugreifen, beziehungsweise vielleicht auch das U-Boot zu beschädigen. Wie weit kriegen wir eigentlich den Flugzeugträger? Den würden wir hier hinbekommen. Okay. Und wir haben gesehen in der letzten Runde, dass er die USA-Konvois angegriffen hat mit seinem U-Boot. Das wahrscheinlich in der letzten Runde die Ägypten- oder Irak-Konvois angegriffen hat. Bedeutet wahrscheinlich, ist hier in der Nähe kein U-Boot. Wir werden mal mit unseren schweren Einheiten runterziehen. Und zwar als erstes mit der Hood. Da hätten wir ein Ergebnis von 1 zu 1. Wir werden das Bombardement starten. Haben den Hafen beschädigt. Haben leider auch eine Beschädigung erhalten. Dann haben wir noch zwei Schlachtschiffe, die wir ranziehen werden. Erstmal die Nelson. Kommen wir hier nicht dran. Das heißt, wir ziehen den Zerstörer raus. Haben wir ein Ergebnis jetzt von 0 zu 2. Wie greifen wir an? U-Boot leider nicht beschädigt. Wir ziehen das Schlachtschiff ein bisschen zurück. Und dann haben wir noch die Valiant. Und ziehen uns auch hier zurück. Der Hafen ist jetzt auf 0. Und er kann nicht viel mit seinem U-Boot anfangen. Er könnte unseren Schlachtkreuzer angreifen. Aber mit einer Stärke von 5 wird er da nicht viel ausrichten können. Wir sollten uns mal hier ein bisschen lockerer aufstellen. Und dann sollten wir auch unsere Flugzeugträger hier runter bringen. Aber erstmal sollten wir uns um das erste kanadische Korps kümmern. Und hier habe ich mir überlegt, sollen wir das Korps überhaupt nach Großbritannien bringen? Oder wollen wir das Korps vielleicht nach Nordafrika bringen? Wir haben momentan in Großbritannien eine Armee, zwei Korps, eine Panzerdivision und zweimal Luftabwehr. Und in Schottland ist noch die Spezialeinheit. Ich rechne nicht mehr damit, dass deutsche Einheiten in Großbritannien landen werden. Zumindest nicht im nächsten Jahr. Italienische Einheiten, das ist so eine Frage. Aber wenn die italienischen Einheiten landen sollten, brauchen wir nicht so viele Einheiten in Großbritannien, um da was entgegensetzen zu können. Daher sollten wir die kanadische Einheit Richtung Nordafrika bringen. Wir werden das Kreuzen riskieren. Wir kriegen die Einheit nicht direkt runter. Schicken sie mal hier hin. Hier haben wir noch die Duke of York. Die bringen wir ins Rote Meer. Hätte ich beinahe vergessen. Dann haben wir noch vier Zerstörer in dem Bereich. Wir werden drei von den Zerstörern auf das U-Boot Jagd machen lassen. Dann haben wir noch die Javelin. Die zieht man hier runter. Nehmen wir an, er wird da hochziehen zu den anderen Kombo-Routen. Den polnischen Zerstörer werden wir hier runter bringen. Und dann werden wir Flugzeugträger ranbringen gegen das U-Boot. Leider haben wir momentan nicht die MPP dafür, um die Flugstaffeln abzugraden. Daher bringen wir dich im Kreuzen hier hin. Dann werden wir auch den Flugzeugträger hier runter bringen. Dann werden wir unseren neuen Flugzeugträger aufstellen. Dann haben wir noch den kanadischen Zerstörer. Den könnten wir auch hier oben ansetzen gegen das U-Boot. Wir schicken den Zerstörer mal hier hoch. Dann bringen wir dich hier in den Hafen. Den Zerstörer werden wir hier hinbringen. Du gehst in den Hafen. Was haben wir noch? Hier haben wir einen Schlachtkreuzer und ein Schlachtschiff. Die belassen wir mal hier in Schottland. Dann schauen wir uns unsere Landeinheiten an. Was kostet es, die Flugstaffeln abzugraden? 22 MPP. Was machen wir? Das machen wir auch hier. Da haben wir noch 8 MPP. Können wir nicht mit viel anfangen. Wir können auch nicht upgraden. Dann werden wir die 8 MPP für die nächste Runde aufbewahren. Weitere Bewegungen müssen wir hier nicht starten. Wir gehen mal hoch Richtung Schottland. Hier werden wir nämlich das U-Boot, die Salmon, gegen die Konvo-Router ansetzen. Und im Norden haben wir keine Einheit mehr. Dann gehen wir Richtung Kanada. Hier haben wir ja noch unseren Marienbomber. Den werden wir zur Aufklärung ansetzen. Und er hat wieder nichts gefunden. Dann sind wir mit dem Vereinigten Königreich durch. Wir kommen zu den Vereinigten Staaten. Hier gehen wir in die Forschung. Bei den Vereinigten Staaten werden wir 175 MPP in das weiterentwickelte Flugzeug stecken. Da haben wir noch 129 MPP und dann werden wir auch 125 MPP in den Infanteriekrieg stecken. Da haben wir insgesamt 1600 MPP ausgegeben, aber wir können 2750 MPP einsetzen. Dann gehen wir Richtung Sowjetunion. Hier können wir unseren neuen Zerstörer aufstellen und zwar bei Sevastopol. Dann haben wir noch unseren Pionier, der neue Befestigung bauen kann. Hier sollten wir vielleicht drei Befestigungen aufstellen. Hier in dem Bereich. Genau so. Das dauert 60 Tage. Ja, das werden wir machen. Und wenn er hier fertig ist, wird er noch im Süden von Smolens eine Befestigung bauen und hiernach werden wir ihn wahrscheinlich Richtung Moskau ziehen, damit er hier schon mal anfangen kann, einen Befestigungsriegel zu bauen. Mehr müssen wir nicht machen. Wir haben 30 MPP mit der Sowjetunion, die werden wir aufsparen und wir gehen Richtung Westeuropa und wir können diesen Zug bereits beenden. Unterwegs Richtung Rotes Meer. Er befällt zwei Kombo-Routen Ägypten und Kanada. Das heißt, er hat zwei U-Boot-Offensiven im Atlantik. Das Vereinigte Königreich hat Fortschritt bei den Infanteriewaffen. Die USA bei der Logistik. Das Vereinigte Königreich erhält 288 MBP. Er hat jede Menge MBP mit seinen U-Booten versenkt. Die USA 147 MBP und die UDSSR 24 MBP. Können die alliierten Zerstörergeschwander in der nächsten Folge dem Treiben der deutschen U-Boot dem Atlantik Einhalt gebieten, kann das beschädigte deutsche U-Boot U-32 im spanischen Hafen von Vigo durch den kombinierten Einsatz von Schlachtschiffen und Flugzeugträgern versenkt werden und wird sich vielleicht das deutsche Afrika-Korps mit den italienischen Streitkräften in Ägypten blicken lassen? Ich bedanke mich vielmals für euer Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Euer Miederberg.